Jo, servus euch und willkommen zu, ähm, ja, äh, ja, zu dem Special, ja, weil ich werde von ziemlich vielen Leuten gefragt, ja, können wir mal miteinander zocken und so, und ich denke immer, ja, sorry, aber so die Zeit habe ich nicht, so, und FL und so, alle wollen franzig und so, ich habe mich überlegt, also ich habe einen neuen Skype-Account gemacht, ähm, der Skype-Account heißt, ähm, also die id staffset.exe.sv, also könnt ihr alle sehen, und zwar möchte ich ein Event machen, und zwar am 27. März voraussichtlich, ähm, wo alle dann mit mir spielen können, also alle, womit ich spielen wollen, ja, und Skype, TS, also, man guckt, also Skype natürlich dann, und da mache ich eine Konfi und alle zusammen zocken und, ähm, ja, labern halt und so, wie das, wer halt das alles will. Ähm, und dann müsst ihr mich halt nur mit dem Skype-Account adden, ähm, ihr solltet mir da euren Ingame-Namen schreiben, euren YouTube-Namen braucht ihr da nicht schreiben, wenn ihr wollt, natürlich, ja, ähm, einfach adden, äh, dann den als Vorname, dann, das war's. Vielleicht noch euren Vorname und euer Alter, damit ich ein bisschen Einschätzung habe, äh, ja, der ist zwar nicht mein Main-Account in Skype und so, aber zu dem Event dann werde ich den Benutzer, und da könnt ihr alle mal mit mir labern, mit mir reden, mit mir diesen Tags, was ich, also, 27. März voraussichtlich, ja, ähm, und, uhrzeitmäßig, ja, abends, schätze ich mal so, ja, also, ich hab dann Ferien, ich hab dann Zeit, von mir aus, dass ich, ähm, ab um 18 Uhr bis um, 20 Uhr, zwei Stunden, kommt drauf an, wie lange, wie viele Leute, also, ich glaube, es ist ja, dass ein großer Antrag sein wird, aber es wird ja halt immer wieder was da sein, also, ähm, ja, einfach, äh, dubstep.exe.sv in Skype adden, Ingame-Name, ähm, ja, euer Ingame-Name, euer Name, euer Alter, also, euer Real-Name, euer Alter, und, ähm, ja, das war's dann schon, ähm, und dann, 10. März Freihalte, vielleicht, ja, sonst jemand Ferien, ja, ich freu mich drauf, also, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, ciao.